Jetzt geht es wieder sportlich weiter hier bei Pearl TV und Sport ist etwas ganz wichtiges und ich spreche jetzt nicht von Leistungssport, ich trainiere nicht für die Olympischen Spiele, da werde ich nicht mehr teilnehmen, nur noch als Zuschauer, aber eben sich ein bisschen zu bewegen und Bewegungsmangel ist ein Stichwort, das haben wir in den letzten Tagen und Monaten mit Sicherheit alle schon gehört. Es gibt zum Thema Bewegungsmangel auch viele Artikel und da schauen wir uns mal einen an und zwar mit dem ersten Lockdown im März steht hier, zogen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Moment auf den anderen ins Homeoffice um. Doch der neue Arbeitsalltag zog auch negative Folgen nach sich, zum Beispiel einen eklatanten Bewegungsmangel. Bewegungsmangel führt zu zahlreichen Folgekrankheiten, als Folgen des Homeoffice nennt er Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels, des Halte- und Bewegungsapparats, sowie psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen. Eventuellen negativen Folgen kann man aktiv entgegenwirken. Rüdiger Reher empfiehlt Bewegung gezielt und strukturiert im Homeoffice-Tag einzubauen und da kommen unsere Geräte, die wir hier haben, fürs Heimtraining genau richtig, um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken und Bewegung ist wichtig, Anne. Bewegung ist sehr, sehr wichtig. Es gibt allerdings Menschen, die sagen, Mensch, mir fällt es schwer, ich muss mein eigenes Körpergewicht tragen, ich habe Gelenkprobleme, Schmerzen im ganzen Körper, im Rücken, gerade auch Knie. Dann ist für solche Menschen Fahrradfahren genau das Richtige. Und Fahrradfahren muss nicht immer außerhalb bedeuten, sondern Fahrradfahren kann auch zu Hause in den eigenen vier Wänden sein, beziehungsweise im Garten, Balkon, Terrasse, egal wo. Denn als erstes habe ich für Sie unseren Bestseller, unseren Clubheimtrainer und das für zu Hause. Und vor allem, Sie brauchen kein Stromkabel in der Nähe, denn das funktioniert ohne. Einfach dort aufstellen, wo Sie möchten und loslegen. Das Besondere an Radfahren ist natürlich, ist es besonders gelenkschonend. Ja, es ist was ganz Sanftes, da Sie auch hier Ihr eigenes Körpergewicht nicht tragen müssen. Und das ist eben hier das Schöne. Und hier sitzen Sie auch sehr, sehr aufrecht. Man sieht es hier, man kann sich bequem anlehnen, man kann sich zurücklehnen. Gerade wenn man länger keinen Sport mehr gemacht hat, ist das hier sehr, sehr bequem und komfortabel. Man hat hier nämlich diese dick gepolsterte Rückenlehne und da lehnt sich die Hand jetzt gerade an. Da sehen Sie hier, die ist richtig schön. Und haben Sie schon mal ein Clubheimtrainer oder ein Fahrrad mit Rückenlehne gesehen? Also ich persönlich noch nicht. Von daher, also wenn Sie lange keinen Sport mehr gemacht haben, ist das natürlich perfekt für Sie geeignet. Und das Schöne ist, es ist leicht, um einzusteigen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel lange keinen Sport mehr gemacht haben, ist das auch perfekt zum Einsteigen. Denn man kann erst mal ganz gemütlich treten, so wie das zum Beispiel auch Ralf hier macht. Und später kann man sich steigern, indem man dann hier zum Beispiel die Schwierigkeitsstufen erhöht. Man hat hier so einen kleinen Drehregler und da kann man dann den Widerstand erhöhen. Das geht hier ganz einfach. Da können Sie hier drehen und dann merken Sie, das ist dann so ein bisschen wie bergauf fallen. Und das, was die Diana jetzt hier zeigt, das ist auch was ganz Besonderes. Das sind nämlich zwei Pulssensoren. Und da sehen Sie jetzt hier im Display gleich ein kleines Herzchen und da können Sie jetzt Ihren Puls verfolgen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie immer auch mal Ihren Herzschlag, Ihren Puls kontrollieren, wenn Sie Sport machen. Und das ist natürlich eine große Besonderheit. Und Ralf, wie fühlt es sich an? Ja, richtig toll. Und das, was du vorhin gesagt hast mit dem Rücken. Das ist also wirklich so phänomenal mit diesem Rückenpolster. Man kann sich auch mal entspannen. Und jetzt auch, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, die Mädels, die sind natürlich noch richtig jung und zackig. Aber bei mir knackt es halt öfter mal. Vielleicht kennen Sie das auch. Knie, links ist operiert, rechts sollte noch. Der Meniskus ist eigentlich durch, aber muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber das Fahrradfahren, das geht trotzdem problemlos. Ich kann ja die Kraft einteilen und ich habe das gute Gefühl, etwas zu tun. Und was mir an diesem Heimtrainer auch besonders gut gefällt, Anne, wenn ich nichts trainiere, der steht nicht im Weg rum. Das stimmt, der steht nicht im Weg rum. Und das möchten wir Ihnen mal zeigen. Ja, wenn du mal ganz kurz bitte aufstehen könntest, da zeigen wir Ihnen nämlich mal auch, dieser Heimtrainer ist wirklich selbst für kleine Räume gut geeignet. Also selbst wenn Sie wenig Platz haben, denn es steckt schon im Namen, es ist ein Klappheimtrainer. Das heißt, den können Sie hier ganz einfach zusammenklappen und dann können Sie den egal wo verstauen. Schauen Sie mal, Sie können den sogar irgendwo hinrollen. So ein bisschen wie so ein Einkaufswagen. Also wenn Sie eh schon wenig Platz haben, ist das natürlich toll. Und ganz einfach auch wieder aufgebaut. So und jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Die habe ich mir zu guter Letzt aufgehoben. Weil ein Fahrrad mit Rückenlehne ist schon was Besonderes. Aber ein Fahrrad mit Expandern, das gibt es nur hier bei Pearl TV. Weil wer jetzt nicht nur etwas für die Beinmuskulatur tun möchte, sondern auch noch gleichzeitig etwas für die Arme. Da haben wir jetzt hier noch zwei Expander für Sie integriert. Und das finde ich ganz, ganz toll. Denn damit kann man gleichzeitig auch die Arme trainieren. Und wenn Sie sagen, Mensch, ich bin ein Mann, ich möchte natürlich auch was für die Arme tun, dann ist doch das genau das Richtige, oder? Ja, also ich finde es eine perfekte Kombination und alles in seinem eigenen Tempo. Niemand schaut zu, Sie sind in Ihren eigenen vier Wänden und können tun, was Sie wollen. Stellen Sie Ihren Heimtrainer einfach vor den Fernseher, schauen Sie Ihre Lieblingssendung oder schauen Sie Pearl TV an. Oder wenn es Wetter gut ist, gehen Sie einfach mal wieder raus und auf den Balkon oder auf die Terrasse. Und Sie sehen hier auch noch eine Ablage. Da kann man auch jederzeit mal ein Tablet hinlegen, ein Filmchen schauen, Streamingdienst oder ein E-Book lesen. Das geht nebenher auch. Während Sie etwas tun und nichts tun, ist genau das Falsche jetzt. Egal, wie hart der Lockdown noch wird, Sie sollten was tun. Und jetzt kommt noch eine gute Nachricht. Er ist sofort lieferbar, unser Heimtrainer. Das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Es gibt große Lieferengpässe. Da werden wir im Laufe der Sendung noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Aber dieser Heimtrainer ist in wenigen Tagen bei Ihnen. Und dann gehen Sie entgegen die Abwärtsspirale, also die Bewegungsmangel. Gehen Sie vor. Und Sie sehen hier, ich bin in meinen ganz normalen Schuhe und Hose. Ich habe mich jetzt nicht mal umgezogen. Und es geht trotzdem. Und es geht mir gut. Wenn man draußen Fahrrad fährt, zieht man sich ja auch nicht extra Sportsachen an. Also Hauptsache es ist bequem. Sie fühlen sich wohl. Das kann man ja auch schön nach dem Aufstehen direkt machen. Sie können das natürlich aber auch mittags mal machen. Also es spielt hier auch keine Rolle, dass Sie jetzt fünf Stunden Marathon oder ganz weit Fahrrad fahren mit einer hohen Intensität. Sondern es geht darum, dass wir regelmäßig etwas machen. Denn nur wer etwas regelmäßig macht, sieht auf Dauer auch Erfolge. Und diese Regelmäßigkeit kann auch bedeuten, jeden Tag 15 Minuten. Das muss nicht lang sein. Und Sie sehen ja, dadurch, dass Sie kein Stromkabel haben, sind Sie so flexibel. Sie könnten sich das sogar im Sommer in Ihren Garten stellen. Oder Balkon, Terrasse. Können Sie überall aufstellen, wo Sie möchten. Oder eben auch ganz komfortabel direkt vor dem Fernseher. Und das ist eben das Schöne. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Wenn Sie Gelenkschmerzen haben, wenn Sie aber sagen, ich möchte etwas machen, ich muss etwas tun, dann ist das Ihr Heimtrainer für Sie. Gelenkschonend, schonend für den Rücken, für die Knie. Und wenn Sie eh schon da ein bisschen vorbelastet sind, weil Sie auch sagen, ja, ich weiß, ich habe das ein oder andere Pfündchen zu viel, dann ist das genau das Richtige. Ich weiß es nicht, wen Sie gemeint hat mit dem ein oder anderen Pfündchen zu viel. Ich glaube, jeder ist ein bisschen unzufrieden mit sich selbst, oder? Im Lockdown haben wir alle ein bisschen zugelegt. Und da ist es natürlich auch wichtig, sich wieder zu bewegen. Und das macht Spaß. Sie sind dann auch in Ihren eigenen vier Wänden, keine neugierigen Blicke. Und Sie bestimmen, wann Sie es für den richtigen Zeitpunkt halten. Schauen Sie Ihre Lieblingsserie vielleicht auf dem Fahrrad in Zukunft an. Und dann haben Sie danach das gute Gefühl, etwas für sich und auch Ihre Abwehrkräfte getan zu haben. Und das Ganze jetzt zu einem unglaublich günstigen Preis. Ihr TV-Sonderpreis, Sie sehen ihn eingeblendet, 208,99 Euro. Dementsprechend natürlich auch Porto und Versandkosten frei. Und die gute Nachricht, und das ist bei Heimtrainern heutzutage ganz, ganz selten, er ist sofort lieferbar. Das heißt, in wenigen Tagen bei Ihnen. Und das Schöne ist, es ist nicht wie ein normaler Heimtrainer, den Sie sonst kennen. Er ist kabellos, Sie haben die Rückenlehne und Sie haben die Expander. Und es ist auch sehr, sehr geräuscharm. Gerade wenn Sie zur Miete wohnen, ist das Gold wert, weil hier hat man eben nicht so eine laute Geräuschentwicklung, wie zum Beispiel bei anderen Sportgeräten, die Sie vielleicht so kennen. Und selbst, es gibt ja viele Menschen, die dann auch die Ausrede haben, Mensch, so ein Sportgerät für zu Hause wäre schon schön, aber ich habe einfach nicht den Platz, wo soll ich denn das noch hinstellen? Ganz klein zusammenklappbar, das können Sie sich vorstellen wie so ein Bügelbrett. Und dann schieben Sie es ganz gemütlich irgendwo hin, wie so ein Einkaufswagen. Und das ist das Schöne. Wir alle müssen etwas machen. Ob die Fitnessstudios geschlossen haben oder geöffnet haben, das ist Ihrem Körper egal. Der braucht Bewegung. Den interessiert das nicht, dass die Studios geschlossen haben. Der will Bewegung, denn nur wer rastet, der rostet. Und dieser Rost ist dann Diabetes, Übergewicht, Schmerzen, chronische Gelenkprobleme, Rückenschmerzen. Und gerade sitzen ist ja das neue Rauchen. Also wer sich nicht bewegt, das ist ungefähr genauso schlimm, wie wenn Sie den ganzen Tag Ketten rauchen würden, wie so ein Schlot. Und das ist eben nicht gut. Greifen Sie jetzt so, rufen Sie an für Ihren Clubheimtrainer. Jetzt ist er bezahlbar mit 208 Euro. Und ich finde das wirklich auch ganz toll. Es ist eine gute Qualität. Man merkt es auch, der ist richtig stabil. Sie können sich überall festhalten. Es ist nicht wie so ein klappriges Fahrrad, was man irgendwo anders bekommt. Man kann sich jede Zeit irgendwo festhalten, ob vorne, ob hinten. Man hat die Sicherheit, es ist bequem. Und theoretisch könnte ich jetzt mit Diana sogar Zusammensport machen. Also wenn Sie sagen, Mensch, mein Partner und ich, wir wollen zusammentrainieren, dann kann der Mann was für die Arme machen und du radelst hier schön. Ja, und jetzt noch eine Kleinigkeit von mir. Vielleicht für den einen oder anderen unwichtig, aber für mich ganz wichtig. Man sitzt hier unglaublich bequem. Es gibt Heimtrainer oder auch Fahrräder, da tut einem nach zehn Minuten so der Hintern weh, dass man sich nicht mehr rühren kann. Hier hat man eine große Sitzfläche, gut gepolstert. Man kann entspannen, indem man sich zurücklehnt oder auch mal hier ein bisschen sportlicher werden. Dann nochmal, Anne-Kathrin hat es gesagt, ich kann auch meinen Puls jederzeit im Blick behalten. Ich sehe die Strecke, falls die ihr Ziel ist, die Zeit, falls das ihr Ziel ist. Und den Kalorienverbrauch, der ist auch ganz wichtig, kann ich mir auch anzeigen lassen. Und das alles in einem Gerät. Sofort lieferbar. Und für Sie heißt das jetzt gleich ans Telefon, bevor es wieder ausverkauft ist. Die Bestellnummer ist die NX3371 und die 569. Ich sage nochmal gerne, oh, habe ich die falsche Nummer gesagt? Ganz schnell korrigiert. NX3351 und die 569. Und hier sehen wir die ganzen Vorteile nochmal. Widerstand in acht Stufen, plattsparend, verstaubar, mit Trainingscomputer, Rückenlehne, das haben Sie gesehen, und die Haltegriffe mit den Pulssensoren und Widerstandsbänder für, also hier die Expander für paralleles Oberkörpertraining. Jetzt ist nicht jedermanns Geschichte Radfahren. Es gibt natürlich auch die Läuferfraktion, wobei ich gesagt, ich sage, ich fühle mich sehr, sehr wohl auf dem Rad. Aber wie gesagt, die Läuferfraktion, die soll auch nicht zu kurz kommen. Und jetzt hast du uns auch ein phänomenales Laufband für zu Hause mitgebracht. Man hört es ja immer häufiger, ah, vom Laufen habe ich früher so schlimme Knieprobleme bekommen. Das kann ich nicht mehr machen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Das liegt daran, wenn Sie auf falschem Untergrund laufen, auf Asphalt, ja, also auf Stein. Das ist nicht gut für die Knie. Was Sie brauchen, ist eine schwingungsdämpfende Lauffläche. Und das kann zum Beispiel im Wald sein, auf so einem ganz weichen Waldboden, oder zum Beispiel am Meer, am Strand, wenn man da läuft, da ist es auch so schön, dass es nachgibt. Oder aber hier mit unserem Profilaufband von Neutral Medicals. Und da bekommen Sie wirklich ein Topgerät zum absolut unschlagbaren Preis. Denn hier können Sie von ganz langsam gehen, so wie ich das mache, bis etwas schneller walken, weil viele mögen ja zum Beispiel auch walken, bis ganz schnell laufen. Das können Sie hier alles damit machen. Und das wirklich hier ganz platzsparend mit unserem Laufband. Und das Schöne ist, wenn wir uns die Lauffläche gerade angeschaut haben, die schwingt nach. Die ist so richtig schön schwingungsdämpfend, gelenkschonend, perfekt für Ihre Knie, wenn man eh schon Probleme hat. Ja, da ist es eben ganz wichtig, dass diese Fläche nachgibt. Also Sie sehen das, wenn ich jetzt ein bisschen doller auftrete, da sieht man auch, die gibt richtig schön nach. Und das ist meiner Meinung nach ein Qualitätsmerkmal. Und die findet man normalerweise in den Fitnessstudios. Aber das gibt es jetzt für Sie zu Hause und das für kleines Geld. Ja, für kleines Geld, das heißt 332 Euro, wenn Sie jetzt vorbestellen, in wenigen Tagen wieder lieferbar. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, im Moment gibt es enorme Lieferengpässe Lieferengpässe aus verschiedenen Gründen. Und da sehen wir das auch. RTL hat darüber berichtet. Diese Artikel sind besonders gefragt. Fitnesstraining zu Hause boomt, Umsatzrekorde und Lieferengpässe wegen des Lockdowns. Viele Menschen haben sich im Corona-Lockdown zu Hause einen Fitnessbereich eingerichtet und sich neben passendem Equipment das ein oder andere Sportgerät bestellt. Für die Hersteller bedeutete das im vergangenen Jahr Umsatzrekorde im Privatkundenbereich. Und auch jetzt gibt es regelmäßig Lieferengpässe bei Heimtrainern und Co. Wer sich gerade ein Laufband oder Ergometer für sein Homegym bestellt, muss je nach Hersteller unter Umständen Wochen oder Monate auf die Lieferung warten. So enorm ist die Nachfrage im Lockdown. Wir müssen nicht Wochen und Monate, sondern wenige Tage, wenn Sie sagen, das Laufband, noch mal wiederholt, hier der Heimtrainer, das Fahrrad ist sofort lieferbar, beim Laufband jetzt vorbestellen, dann sind Sie eben bei der nächsten Lieferung, ohne Monate zu warten dabei. Und ich finde es natürlich schön, Anne, dass man hier jetzt wetterunabhängig jeden Tag ein bisschen laufen kann und das Tempo auch selber vorgibt. Ja genau, also Sie können ja natürlich auch ganz langsam gehen. Das gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, ich bin normalerweise so ein Spaziergänger, ich möchte langsam laufen, langsam gehen. Also das ist natürlich auch eine schöne Option. Sie können ja hier mit Plus und Minus können Sie selbst Ihre Geschwindigkeit bestimmen. Und wenn Sie jemandem sagen, Mensch, ich walke gerne, dann erhöhen Sie einfach die Geschwindigkeit. Das geht natürlich auch. Oder Sie sagen, Mensch, ich habe früher gesprintet, ich bin Marathon gelaufen, Halbmarathon, dann kann man hier sogar bis zu 10 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Und hier sehen wir übrigens auch dieses schöne übersichtliche Display. Da komme ich gleich noch mal darauf zu sprechen. Aber was auch an dem Display ist, ist so ein kleiner roter Knopf. Und der ist jetzt mit der Kleidung von Diana verbunden. Und der sorgt dafür, falls Sie mal ganz schnell vom Laufband runter müssen. Es kann ja immer mal passieren, dass man dann irgendwie ganz schnell runter muss oder gestolpert ist, dass man hier gesichert ist. Denn wenn dieses Band abreißt, dann stoppt das Laufband sofort. Ich zeige Ihnen das mal. Und zwar, das ist ganz, ganz einfach. Genau. Sehen Sie, wie schnell das geht. Also sobald das Band sich hier löst, zack, stoppt auch die Lauffläche. Oh, und da gibt es ja üble Videos im Internet, wo Leute auf das laufende Laufband stürzen und dann sich überschlagen. Das ist hier ausgeschlossen. Auch das ist natürlich ein absolutes Qualitätsmerkmal, damit man beim Laufen nicht verunfallt. Aber ich finde es schön, was für Möglichkeiten es hier gibt, wenn Sie zur Läuferfraktion gehören. Dieses Laufband ist in wenigen Tagen wieder lieferbar zu unserem TV-Sonderpreis von 332 Euro. Dementsprechend auch Porto- und Versandkosten frei. Und dann walken Sie, gehen Sie, laufen Sie, rennen Sie, wann immer und so oft Sie wollen. Weil Sie können das jetzt in Ihren eigenen vier Wänden machen, ohne eben aus dem Haus rausgehen zu müssen. Und das ist ja so, da hat man auch oftmals so eine eigene Entschuldigung, wenn man rausgeht. Jetzt ist es zu kalt, dann ist es zu warm, dann ist es zu nass, dann ist es zu trocken. Und diese Entschuldigungen fallen jetzt natürlich weg. Und es macht auch Spaß. Sie sehen das an den beiden jungen Damen. Ja, es macht wirklich Spaß. Also egal, welche Geschwindigkeit. Man kann das natürlich auch jederzeit zum Beispiel vor dem Fernseher stellen. Man hat hier die Ablagemöglichkeit für ein Tablet oder für ein gutes Buch. Und was auch hier wieder schön ist, Sie haben auch hier wieder die Pulssensoren. Das heißt, sobald Sie Ihre Hände auf die Pulssensoren legen, erscheint im Display automatisch Ihr Puls. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das auch beim Sportmachen mal kontrolliert. Ja, und da legt man einfach die Hände hier auf den Hältegriff. Und dann sehen wir hier sofort den Puls von Diana. Und klar, wenn man in Bewegung ist, ist der Puls natürlich auch ein bisschen höher. Aber zu hoch darf er eben auch nicht sein. Und er braucht aber auch schon eine gewisse Höhe, um natürlich auch Fett zu verbrennen. Weil viele nutzen ja auch das Laufband, weil sie gerne Kalorien verbrennen möchten. Gerade jetzt, wo es auf den Sommer zugeht, ist es für viele auch ein wichtiges Thema. Und schauen Sie, Sie können natürlich auch ganz langsam gehen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass Sie jetzt zugreifen. Weil egal, wie Sie es machen, Sie machen es richtig. Ja, es ist, Bewegung ist super wichtig. Und wir alle müssen etwas tun, das wissen wir. Und hiermit tut man etwas für seinen gesamten Körper. Ja, und Sie müssen jetzt bestellen, weil die Vorbestellliste ist lang. Und es sind schon über 70% der Laufbänder, die in wenigen Tagen kommen, reserviert. Und das heißt, Sie bestellen jetzt bitte. Und dann sind Sie bei der nächsten Lieferung dabei. Bezahlen tun Sie natürlich erst, wenn das Gerät auch tatsächlich an Sie ausgeliefert wird. Und das geschieht selbstverständlich porto- und versandkostenfrei. Aber hier kommen wir von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 500 Euro. Und dann ist unser TV-Sonderpreis natürlich wieder super günstig mit 332,49 Euro. Und wie gesagt, wenn Laufen, Gehen, Rennen, Walken Ihre Passion ist und Sie das auch gerne zu Hause machen würden, dann rufen Sie jetzt an und dann nennen Sie die Bestellnummer die NX 47, 57 und die 569. Als Kind hat man sich ja automatisch viel, viel mehr bewegt. Ob es jetzt im Kindergarten war, auf dem Spielplatz oder in der Schule, da hatte man Sportunterricht oder man hat eben viel in der Natur gespielt. Aber als Erwachsener ist es sehr, sehr schwierig, weil als Erwachsener hat man irgendwie kaum noch Zeit. Da ist der Job, die Familie, der Alltag. Und dann hat man eben auch ganz andere Prioritäten. Aber wenn man so etwas zu Hause stehen hat, macht man ja auch viel, viel häufiger Sport, oder? Ja, mit Sicherheit. Also man stolpert ja jederzeit drüber oder sagt, komm, jetzt mache ich nochmal. Und man setzt sich nicht aufs Sofa, um die Nachrichten zu schauen oder Fernsehen zu schauen, sondern sagt, jetzt gibt sich mal nochmal einen Ruck. Komm, jetzt laufe ich nochmal 10 Minuten. Und nochmal, es geht nicht um Joggen oder Rennen. Es geht um die Bewegung an sich. Das kann auch ein Gehen sein. Und immer seinen Puls dabei im Blick. Vielleicht setzen Sie sich auch hier Ziele, zeitlich oder streckenmäßig. Heute laufe ich mal 2 Kilometer, 3, 4, 5 oder mal 20 Minuten, mal 30 Minuten. Und das sehr, sehr komfortabel. Und wie ich finde, auch hier sehr laufleise. So, Anne-Kathrin, da dürfte es auch kein Problem sein, das in einer Mietwohnung durchzuführen. Das stimmt, das ist auch ohne Probleme. Und man hat hier sogar ein Display, weil du gerade sagst, wie viel oder wie weit ich dran bin. Das sieht man auch hier alles schon im Display. Und sogar die Kalorien, die man verbrannt hat. Also das ist alles hier schön übersichtlich. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt wissen, okay, ich habe ein Stückchen Kuchen gegessen, was 500 Kilo Kalorien hatte, dann weiß ich natürlich auch, wie lange ich trainieren muss, um die wieder abzutrainieren. Stimmt's? Ja, natürlich. Wie viele Kalorien hat eine Schwarzwälder Kirschtorte? Ich weiß es nicht, aber man hat ein viel besseres Gefühl, wenn man die nach oder vor dem Sport eben erst isst. Und das gute Gefühl, das spielt natürlich auch eine große Rolle beim Sport. Beim Sport werden Hormone, Endorphine freigesetzt. Und das, das wissen Sie, das sind Glückshormone. Man fühlt sich also auch besser. Und man hat endlich was getan. Und Bewegungsmangel, wie gesagt, ist natürlich im Moment ganz, ganz schlimm. Und darunter leidet eigentlich die halbe Welt. So, und jetzt sage ich Ihnen nochmal die Bestellnummer. Das ist die NX 4757 und die 569 und der TV-Sonderpreis für Sie 332,49 Euro. In wenigen Tagen lieferbar. Und hier sehen wir nochmal die Vorteile. Großes Display, zwölf Programme, plattsparend, zusammenklappbar. Das ist auch noch ganz wichtig. LCD-Display und die Ablage fürs Tablet oder für den Rechner ist mit dabei. So, und wenn man dann kräftig Sport gemacht hat, dann darf man sich danach auch belohnen. Und dabei ist ja egal, ob Sie jetzt Rad gefahren sind oder vielleicht gelaufen sind. Ja, weil ein bisschen Belohnung tut uns allen gut. Und der ein oder andere sagt dann, oh, jetzt wäre eine Massage schön. Das ist in diesen Zeiten ganz, ganz schwierig, weil Massagesalons meiner Meinung nach immer noch sehr begrenzt geöffnet oder gar geschlossen haben. Aber wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie sich selber oder auch den Partner fast schon professionell massieren können. Und das mit einer wirklich wahnsinnigen Massagepistole. Das ist so ein Trendprodukt schon das ganze Jahr. Und immer mehr im Kommen. Und wir sind ganz froh, dass diese Massagepistole jetzt auch sofort gelieferbar ist. Und da heißt es einfach, gönnen Sie sich mal was. Obwohl, das ist ja eigentlich auch gut, um die Muskulatur auch nochmal ein bisschen aufzulockern. Es ist eine ganz tolle Massagepistole für den ganzen Körper, um die durch Blutung zu fördern, um Muskeln aufzulockern, um natürlich auch die Faszien ein bisschen aufzulockern, um Wasseransammlungen herauszuklopfen. Ja, es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und zwar dafür haben wir jetzt diese hochprofessionelle Massagepistole. Und die kennen Sie vielleicht an anderer Stelle für viel, viel mehr Geld. Die ist ganz toll. Die schalten Sie einfach nur ein und die können Sie jetzt hier in 20 Intensitätsstufen einschalten. Also da kommt jeder auf seine Kosten bis 20 Intensitätsstufen. Das schalten Sie einfach mit Plus und Minus. Ja, und das ist wirklich ganz nützlich gemacht. Sie sehen es also, je höher ich gehe, desto intensiver hier natürlich dann auch die Massage und die Bewegung. Und das Schöne ist eben, Sie haben hier von diesen Aufsätzen sechs verschiedene Aufsätze. Das heißt, da ist wirklich für den gesamten Körper immer der richtige Aufsatz parat. Gerade wenn man auch hier so im Schulternackenbereich verspannt ist, dann empfehle ich immer sehr gerne den Aufsatz, den Diana Ihnen gerade zeigt. Das ist was ganz Besonderes. Dann kommt man nämlich schön gerade so in diese verspannte Partie. Das hat man ja auch häufig, der Griff in den Nacken. Und ich glaube, mittlerweile ist Rückenschmerzen wirklich zur Volkskrankheit geworden, oder? Ja, ja, also ich glaube, jeder hat da schon mal drunter gelitten. Und viele denken auch, eine Massage wäre jetzt schön, aber oftmals ist eben nicht gleich ein Masseur griffbereit. Oder derzeit, glaube ich auch, in vielen Teilen Deutschlands überhaupt nicht möglich. Und hier kann man sich da eben selber helfen. Und das auf schon fast professionelle Art und Weise. Sechs dieser Aufsätze sind dabei. Das heißt eigentlich für den ganzen Körper. Für den kompletten Körper. Hier sehen wir das auch mal. Der U-förmige Aufsatz, den Diana Ihnen gerade gezeigt hat. Der eignet sich eben besonders gut für den Schulternackenbereich. Dann haben wir die etwas flacheren Aufsätze. Die sind toll nach dem Sport, um die Muskeln aufzulockern. Dann haben wir den konischen Aufsatz. Der ist zum Beispiel auch schön, gerade wenn Sie so Akupressur mögen für die Handflächen. Weil häufig schlafen einem ja auch die Hände ein. Es kommt zum Kribbeln, weil die Blutung nicht richtig gefördert ist. Da empfehle ich den sehr gerne. Und dann haben wir noch zwei kugelförmige Aufsätze in unterschiedlichen Größen. Die nutze ich eben sehr, sehr gerne für größere Partien, wie Oberschenkel, Po. Also da, wo man auch richtig tiefer liegend ins Gewebe muss. Und da ist wirklich für den ganzen Körper was dabei. Und dieses kleine Köfferchen, das Trageköfferchen für unterwegs. Das schenken wir heute gratis noch mit dazu. Also Sie sehen, hier ist alles für Sie dabei. Ja, und so kann man auch mal eine Partnermassage machen. Auch wenn man an sich gar nicht so begabt ist. Eigentlich talentfrei, was Massagen angeht. Weil hiermit kann man nichts falsch machen. Handmassage, Fußmassage, die Waden, den Rücken, die Oberschenkel, den ganzen Körper. Selber oder beim Partner. Und es ist unglaublich angenehm. Auch in den Handflächen. Das ist ein unglaublich angenehmes Gefühl. Es gibt auch viele Artikel zu Massagepistolen, wie wirksam die sind. Es ist auch ein Trendprodukt. Das kann man ganz klar sagen. Und Sie können das haben. Nicht für 189 Euro. So ist nämlich hier die unverbindliche Preisempfehlung. Sondern gerade mal für 71,24 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Und das Schöne ist, sie ist sofort lieferbar. Und jetzt werde ich immer neidischer. Ich war ja vorhin schon neidisch, dass Sie beide ein Massagegerät haben. Jetzt wird auch Diana noch massiert von Anne. Aber so können Sie das zu Hause natürlich auch gerne machen. Ja, schauen Sie mal. Da kann man auch eine schöne Paarmassage machen. Also es ist ganz, ganz besonders. Wobei man kommt durch diesen praktischen Griff, kommt man auch spielend einfach selbst dahin. Also Sie müssen da nicht immer jemanden vor Ort haben. Aber Diana zeigt mir schon, komm mal wieder hier zurück. Aber gerade hier so dieser Bereich, der ist ja immer verspannt. Schulter-Nacken-Bereich. Und schauen Sie mal, hier kann man sich so schön auflockern lassen. Und das macht natürlich auch super viel Spaß. Weil gerade auch so nach dem Sport oder nach einem stressigen Arbeitsalltag, da kann man sich auch mal zurücklehnen und verwöhnen lassen. Ja, und durch die 20 Intensitätsstufen ist auch genau die richtige Stärke für Sie oder Ihren Partner dabei. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur ein Massagegerät für einen, sondern im Prinzip für die ganze Familie. Und Wellness, das können wir alle gebrauchen, gerade in diesen schwierigen Zeiten. So ein Wellness-Wochenende, das wäre es mal wieder. Aber auch das ist im Moment nicht möglich. Und wenn ich so ein Wellness-Wochenende geplant hatte, war immer eine Massage dabei. Ja, und jetzt müssen wir uns einfach selber behelfen. Und mit dieser Massagepistole geht das unglaublich gut. Und wir sehen, glaube ich, an den beiden, so leise habe ich sie schon lange nicht mehr gehört, wie angenehm dieses Gefühl ist. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Sie haben hier nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil. Es ist ein absoluter Mehrwert. Und das braucht Ihr Körper auch, diese Entspannung, die Erholung. Gerade nach einem stressigen Alltag oder zum Beispiel auch, wenn Sie viel Sport gemacht haben oder wenn man schon länger keinen Sport mehr gemacht hat, dann merkt man ja auch mal, wie man hier so verspannt ist. Da ist das genau das Richtige. Und wie gesagt, durch die sechs verschiedenen Aufsätze und sogar durch die 20 Intensitätstufen kommt da auch jeder auf seine Kosten. Und es ist kabellos. Sie können das theoretisch sogar in der Mittagspause machen. Stimmt's? Ja, natürlich. Einfach mitnehmen. Und wann immer es Ihnen gerade in den Sinn kommt, massieren Sie sich, entspannen sich mit diesem Akku-Handmassagegerät. Für unterwegs, aber natürlich auch für zu Hause. Nochmal, Ihr TV-Sonderpreis exklusiv für Sie als Perl TV-Zuschauer. 71,24 Euro. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von fast 190 Euro. Da sehen Sie mal, wie grandios dieser TV-Sonderpreis ist. Und es ist jetzt einfach Zeit, dass Sie sich selber und Ihren Familienmitgliedern auch etwas gönnen. Und gönnen heißt auch mal, sich verwöhnen mit dieser Massagepistole. Ist das kein Problem. Die Bestellnummer ist hier. Die NX 41,64 und die 569. Und schauen Sie in diese beiden strahlenden Gesichter. Die sind tiefenentspannt. So ein Gesicht können Sie auch machen. Holen Sie sich die Belohnung für sich selber. Das Wellness für zu Hause. Die Massagepistole. Das Trendprodukt des Jahres. So, jetzt ist die Nachfrage natürlich nach unseren Sportgeräten auch schon wieder riesengroß. Und deshalb schauen wir uns die nochmal an. Begonnen haben wir mit unserem klappbaren Heimtrainer. Und da steht er. Also ideal für Menschen mit Gelenkproblemen oder zum Beispiel auch Rückenschmerzen. Denn hier müssen Sie nicht Ihr eigenes Körpergewicht tragen. Hier radeln Sie selber noch los ohne Kabel, aber dafür mit Rückenlehne und sogar Expandern und Pulssensoren. Das gab es für diesen Preis noch nie. Ja, und das ist schön sofort lieferbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Preis auch sehr günstig. 208,99 Euro. Und die Nachfrage ist schon wieder riesengroß. Unter anderem hat Harald schon bestellt. Harald alles richtig gemacht. Sie werden viel Freude haben und entkommen Sie vor allem dieser Abwärtsspirale des Bewegungsmangels. Gehen Sie aktiv dagegen vor. Und das können wir eben nur durch Bewegung. Und das ist das Perfekte in den eigenen Vierwänden. Aber gerne auch, wenn das Wetter demnach ist, auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX3351 und die 569. Und ganz wichtig, sofort lieferbar. Und für die Freunde des Laufens haben wir hier jetzt auch noch ein Laufband für zu Hause. Oh ja, das ist auch was ganz Besonderes. Denn das ist ein Profilaufband. Das erkennt man daran, weil es eine schwingungsdämpfende Lauffläche hat, die besonders schonend zu Ihren Knien ist. Für die Gelenke ist das wirklich ideal. Es ist, als würden Sie auf Waldboden laufen. Und das Ganze natürlich auch mit einem Notstopp-Knopf. Das heißt, an die Sicherheit ist gedacht. Mit Pulsensoren, mit einem sehr, sehr großzügigen, modernen Display, wo Sie eben erkennen, wie schnell laufen Sie, wie weit sind Sie schon gelaufen. Und ganz wichtig, wie viele Kalorien haben Sie verbrannt. Ja, und das ist in wenigen Tagen wieder lieferbar. Das ist auch ganz wichtig, dass Sie da jetzt schon vorbestellen, dass Sie bei der Lieferung dabei sein können, weil da sind schon über 70 Prozent vorbestellt. Hier sehen wir nochmal alle Vorteile. Es ist auch klappbar, also platzsparend unterzubringen, wenn man gerade nicht laufen will. Aber ansonsten ist es auch bei jedem Wind und Wetter nutzbar. 332,49 Euro ist Ihr TV-Sonderpreis für dieses fantastische Laufband mit dem tollen Display, mit den vielen Zusatzoptionen. Und hier ist die Bestellnummer, die NX 4757 und die 569. Und dann kamen wir natürlich noch zu unserer Massagepistole, Ihrer Belohnung für 71 Euro. Die Belohnung, die Sie sich verdient haben. Ich sage auch da gerne nochmal die Bestellnummer, die NX 41,64 und die 569. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann bewegen Sie sich bitte jetzt, und zwar ans Telefon. Rufen Sie an 0800 51 51, dreimal die 4 und holen Sie Ihr Fitnessgerät oder Ihre Belohnung nach Hause, damit Sie dem Bewegungsmangel entgegenwirken. Und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei. Viel Spaß.